Sollt ihr für mich stimmen, weil ich der reiche, beliebte, gutaussehende Typ bin? Oh ja! Mein Vater sagt immer, wie sehr ich die Leute möge, ist direkt proportional zu deinem Aussehen. Ist nicht deine Welt? Was soll ich sagen? Substanz liegt über Stil. Haltet euch bloß von der Hexe fern. Wow, gutes Aussehen ist dir wirklich wichtig. Das sehen hier alle so. Außer dir, offensichtlich. Stell dir ein Leben ohne dein Aussehen vor. Du hast ein Jahr Zeit, jemanden zu finden, der dich liebt. Was? Oder du bleibst für immer so. Wie denn? So grenzenlos hässlich von außen, wie du es von innen bist. Mein Vater hat mich hier eingesperrt, damit mich keiner ansehen muss. Wer sind sie? Mary Poppins. Dein Privatlehrer. Keine Sorge, ich kann rein gar nichts sehen. Willkommen in der Hölle. Nett, dich kennenzulernen. Sie haben mich alle gehasst. Bitte mach es rückgängig. Ich hab meine Lektion gelernt. Du hast nichts gelernt. Finde jemanden, der mehr sehen kann als du. Her mit dem Geld. Lass mich in Ruhe. Was soll die Maske? Ich wollte dich nicht erschrecken. Klar. Und die Skimaske erschreckt mich nicht? Was soll ich hier? Du musst beschützt werden. Ich brauch, was das Lindy gefällt. Dir reicht es, wenn du nur du selbst bist. Das Monster oder der Arsch, der ich war? Der Mann, der du wirklich bist. Werden wir uns je richtig kennenlernen? Ist echt übel, Herr. Es gibt Schlimmeres. Ich werde dir ein Gewächshaus bauen. Sie hat eine Schwäche für Rosen. Das ist geil. Ich wollte etwas Hässliches in sein Gegenteil verhandeln. Willst du mich begleiten? Ich brauch mehr Zeit. Ich schaffe es. Ich brauch nur mehr Zeit. Geht nicht. Sorry. Du bist der schönste Mann, dem ich je begegnet bin. Du bist der schönste Mann.